Mit FIAP Control Aktiv steuern Sie bequem von Ihrer Terrasse verschiedenste Geräte in Ihrem Garten. Filter, Pumpen, Beleuchtung etc. Über kurz oder lang verfügt Ihr Garten über eine vollständige elektrische Installation. Die innovative FIAP Control Aktiv wird mit einer Fernbedienung gesteuert. Die dazugehörige Funksteckdose ist spritzwassergeschützt und natürlich geerdet. Sie kann auf normale Gartensteckdosen aufgesetzt werden. Die FIAP Control Aktiv Fernbedienung arbeitet mit einer 12 Volt Batterie und hat eine Reichweite von bis zu 25 Meter. Die FIAP Control Aktiv